Die Baltistik ist ein Fachgebiet der modernen europäischen Philologie, das sich mit den baltischen Sprachen und mit der Geschichte, Kultur und Mythologie der baltischen Völker befasst. Diese leben neben anderen Völkern im Baltikum. Zu den baltischen Völkern gehören aus philologischer Sicht Litauer, Letten sowie mehrere ausgestorbene baltische Stämme. Nicht jedoch Deutsch-Balten, Esten, Leifen und Russen allgemeines. Von besonderem Forschungsinteresse war lange Zeit die Frage nach einer historischen baltisch-slawischen Spracheinheit. Durch die Öffnung des Eisernen Vorhangs und den EU-Beitritt der baltischen Länder wuchs zunächst das akademische Interesse an der Baltistik. Gleichzeitig ist die Baltistik als Orchideenfach besonders von der Ökonomisierung der Hochschullandschaft betroffen. Baltistik in Deutschland Baltistik als selbstständiger Studiengang existiert in Deutschland nur noch an der Ernst-Moritz-Arnd-Universität Greifswald. Zuvor wurde die Baltistik bzw. Baltologie als Studiengang bzw. als Primotionsfach auch an der WWU Münster. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Ludwig-Maximilians-Universität München angeboten. Nach dem Ende des eigenständigen Studiengangs Baltistik in Münster wurde diese in den Bachelorstudiengang Regionalstudien Ost-Mitteleuropa integriert. Inzwischen wird auch in diesen Studiengang nicht mehr immatrikuliert. Im Wintersemester 2015-2016 bietet die Universität Münster nur noch Sprachkurse an. An einigen Universitäten können Teilgebiete der Baltistik als Nebenfach gewählt werden. Besonders im Zusammenhang mit Osteuropa-Studien oder Indo-Germanistik. An der Universität Erlangen-Nürnberg ist Baltistik seit Wes 2007-2008 Teil des Bachelorstudiengangs Indo-Germanistik und Indo-Iranistik. Seit 2015 kann am Institut für empirische Sprachwissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Rahmen eines Schwerpunktstudiums ein Abschluss in Baltistik erworben werden. In der deutschen Hochschulpolitik ist die Baltistik als kleines Fach eingestuft. Baltistik in anderen Ländern Das Institut für Slavistik an der Universität Bern nannte sich bis in die 1990er Jahre Institut für Slavische und Baltische Sprachen. In Folge von Sparmaßnahmen werden an der Universität Bern jedoch keine Baltistik und keine baltischen Sprachen mehr unterrichtet. An der Universität Fribourg wird seit einigen Jahren Litauisch unterrichtet, ohne dass es jedoch einen Studiengang Baltistik gäbe. An der Universität Neuenburg bestand bis in die 1980er Jahre die Möglichkeit, die baltischen Sprachen zu erlernen. Das Institut für Skandinavistik an der Universität Wien bietet einen ein Semester umfassenden Schwerpunkt in Ostseeraumstudien sowie einen Sprachkurs Für Litauisch an In Stockholm gibt es ein interdisziplinäres Graduiertenkolleg für baltische und osteuropäische Studien Bibliotheken Wie Farnort Virtuelle Fachbibliothek Nordeuropa und Ostseeraum Fußnoten Achte Satzung zur Änderung der Promotionsordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 13. Februar 1998 1. Regionalstudien Ost-Mitteleuropa Abgerufen am 7. Juli 2015 Baltische Sprachen als neuer Studienschwerpunkt Abgerufen am 17. November 2015 Seite der Arbeitsstelle Kleine Fächer zur Baltistik Abh-ttp-doppelpunkt Slash-slash-www.slavistik-fribourg-bern.unibet.ch Geschichte der Slavistik in der Schweiz Interdisziplinäres Graduiertenkolleg in Stockholm